was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von be joint to so wir machen jetzt eine stelle weiter wo es jetzt mal stehen geblieben sind mal schauen jetzt haben wir hier die ultimative sprengung vor uns irgendwie kann ich das ding nicht setzen aber doch da wird wahrscheinlich jede säule sprengen einmal schön im kreis gehen bitte drei minuten okay drei minuten jetzt geht es ja auch auf einmal schneller okay ach du scheiße malzeit die killermorene oh mein gott oh mein gott kein sauerstoff mehr doch kritisch du stirbst heute hier mit mir woa die größte entdeckung wie die welt jemals geschehen hat zerstört nur wegen dir du dämliches amerikanisches wisse aha oh shit zack 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 das zack Scheiße, oder? Oh oh! Ach du Scheiße! Ich hab doch geblockt! Hehehehe Oh! Lull! Ja, Mahlzeit! Oh mein Gott! Gib ihm den Tritt! Für keine Zeit, Lauf! Können wir den Helmer lieber behalten? Geh doch da rüber! Höh? Ich spam hier X! Und da gab wohl nix! Okay! Okay! Ja! Schneider, schneller, schneller! Kein U-Goat mehr da! Ja! Das war's! Oder auf mich! Hast du gedacht, ich lass dich hier? Kurzzeitig! Oh oh! Kleine Druckwelle! Was ist passiert? Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört! Und es kommt ein bisschen Wasser rein! Wir haben einen Leck! Wir werden ertrinken! Die Oberfläche ist nicht weit! Vielleicht schaffen wir's lebend bis hoch! Ja! Gibt noch einen vernünftigen Plan! Oh oh! Lull! Ich drück die Grenze halt kreis! Und das war's! Ja, Lull! Das erste Mal, dass ich in dem Spiel sterbe! Ich drück die Grenze halt kreis! Was? Boah, dürfte aber knackig frisch sein, oder? Komm schon, Jodie, komm wieder zu dir. Komm schon. Komm schon, Jodie. Wach auf, ja? Wach auf. Wach auf. Komm schon. Okay. Oh, Mann. Das war's wohl. Das war's mit beiden. Er wird ja auch erfrieren. Oh, die Homies vom... Da, da drüben. Okay. Drachenhöhle. Ja. Unentdeck... Unentdeckter... Unentdeckter Weg. Ah, okay. Okay. Okay, jetzt müssen wir keine Prozentzahlen, aber egal. Was ist jetzt? Okay, es geht noch weiter. Ich glaube, das wäre schon gewesen. Guten Abend, Prinzessin. Ist Nathan okay? Dann sehe ich Ihnen wieder. Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Okay. Jetzt wird geschlafen. Okay. Ich gehe mal jetzt schlafen. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Natürlich können wir nicht schlafen, ist ja logisch. Ja, Mahlzeit. Okay. Okay. Wir können einfach weiter her. Und nun? Ah. Überhaupt nicht unheimlich. Überhaupt nicht unheimlich. Vor allem, wir latschen da überall durch. Keiner bemerkt ist. Oh, shit. Johnny. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Nein. Nicht weinen, Daddy. Oh, shit. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Okay. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Geht nicht 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 weg. Die beiden fehlen mir. Geht nicht weg. Okay, so. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Beta-Sonne. Man kennt sie. Die gute alte Beta-Sonne. Was passiert jetzt? Der Konsensator. So. Liebe Leute, das war es auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heftige Explosionen da unten. Wir sind wohl gestorben. Womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber ja, wollen wir mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, noch eine schöne Zeit. Support es kann morgen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.